In diesem Video möchte ich nun zeigen, wie der Schatten und der Hintergrund erstellt werden. Zu Beginn sperre ich die Textebene und erstelle mir eine neue Ebene, die ich mit einem Doppelklick umbenenne, und zwar auf Hintergrund. Und ich ändere jetzt die Farbe auf Magenta. Bestätige dies und ziehe diese Ebene hier unter die Arbeitsebene. Allerdings muss ich zuvor die Arbeitsebene entsperren. Jetzt kann ich es darunter ziehen und die Arbeitsebene wieder sperren. Auf der Hintergrund-Ebene erstelle ich mir jetzt eine Ellipse, also hier, wo der Schatten sein soll. Mit der Leertaste kann ich sie wieder positionieren. Okay. Und wähle hier jetzt einmal ein Schwarz aus zu Beginn. Das lasse ich jetzt so einmal stehen und benenne das Ganze Schatten. Dann wechsle ich jetzt auf das Rechteckwerkzeug und ziehe mir hier ein Rechteck auf. Dieses Rechteck ziehe ich natürlich hinter den Schatten und gebe ihm einmal ein Grau, und zwar so ein Mittelgrau. Und lasse das so einmal stehen. Sprich, aktuell haben wir unsere Wassermelone entsprechend auf dem Schatten liegen, darunter den Text. Und im Hintergrund jetzt eine graue Fläche. Wir können den Hintergrund aber auch so anpassen, dass er hier hinter der Wassermelone diesen Verlauf hat. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das geht. Alt-Klick wiederum auf das Sichtbarkeitssymbol der Vorlage-Ebene. Das blendet mir den Rest wieder zurück ein. Ich wechsle nun auf den Pfad, hier, und blende diesen zu Beginn einmal aus. Ich möchte nämlich vorher die Farben aufnehmen für den Hintergrund. Wieder mit dem Pipettenwerkzeug, ich klicke hier in den hellen Bereich und ziehe mir die Farbe hierher. Global, Hintergrund, hell. Und klicke jetzt in diesen Bereich, ziehe mir die Farbe wieder rein, Doppelklick, nenne dies Hintergrund dunkel. Auch wieder global. Und bestätige das mit OK. Nun, damit ich hier auch besser arbeiten kann, entsperre ich mir die Vorlage-Ebene und ziehe hier dieses Bild einfach einmal nach rechts herüber. So, dass ich es jetzt neben meinem vektorisierten Bild liegen habe. Und blende mir hier die graue Hintergrund-Ebene quasi dem Pfad Hintergrund entsprechend ein. Und weise diesem Pfad jetzt die Farbe der dunklen Hintergrundfarbe zu. Was jetzt dieser Bereich ist. Und jetzt kann ich über das Werkzeug, Gitterwerkzeug, hier einzelne Farbkleckse sozusagen hereinziehen. Und ich erstelle mir einmal hier einen Punkt. Und das lasse ich einmal so. Und ziehe jetzt diese Farbe direkt auf diesen Punkt drauf. Und jetzt sieht man, ich habe hier diesen hellen Bereich. Jetzt gehe ich unterhalb sozusagen der Wassermelone hin. Klicke hier rein und ziehe auf diesen Punkt die dunkle Farbe. Und bekomme hier jetzt so den Lichtschein. Sprich, in diesem Bereich ist es etwas dunkler. In diesem Bereich etwas heller. Ich möchte aber hier auch noch etwas heller sein. Darum markiere ich mir die Fläche und ziehe die helle Farbe hier in dieses Rechteck hinein. Auch hier in diesem Bereich möchte ich komplett die helle Farbe haben. Darum ziehe ich sie hier da rein. Jetzt sieht man, ich bekomme so eine Art Bogen hier mit dem Licht. Der eigentlich relativ ähnlich zu diesem Bogen hier ist. Dieses Feld fülle ich aber auch noch mit der Farbe aus. Sprich mit der hellen Farbe. Und habe jetzt so den Bogen entsprechend eingestellt. Damit das Ganze etwas organischer wirkt, klicke ich hier jetzt drauf. Und wechsle zum Direktauswahlwerkzeug. Und kann jetzt diese Punkte noch ein wenig verschieben und anpassen. So und so habe ich hier jetzt den Hintergrund etwas umgefärbt. Wenn ich die Hintergrundfarbe etwas dunkler haben will, die helle, kann ich hier jetzt einen Doppelflick drauf machen. Die Vorschau aktivieren und bei gedrückter Shift-Taste die vier Regler sozusagen etwas ins dunklere nach rechts schieben. Oder auch nach links etwas in den helleren Bereich. Irgendwie so ein wenig dunkler. Schaut es eh schon ganz gut aus. Bestätige das jetzt mit OK. Wechsle auf den schwarzen Pfeil. Markiere hier die Kopie und lösche diese. Sperre wiederum die Vorlage-Ebene. Und speichere das Dokument entsprechend ab. Man sieht also, so ist das Ganze jetzt eigentlich fertig. Ich habe hier den Hintergrund hinter der Wassermelone. Eventuell kann ich diesen Schatten noch ein wenig dicker machen. Etwa so. Ich habe hier den Verlauf am Hintergrund. Und die Grafik ist so eigentlich fertig.